2016 ist ein Spielfilm erschienen aus einer Kooperation von Frankreich, Tschechien, Großbritannien. Das große Publikum erreichte dieser Film nicht. Wir sprechen hier hauptsächlich nicht über den Film, sondern über die Ereignisse drumherum, die in diesem Film namens Anthropoid dargestellt werden. Der Einführungstext vermittelt uns folgende Informationen. Im September 1938 fand in München eine Konferenz statt mit der Teilnahme von Adolf Hitler und Regierungsvertretern von Frankreich, Italien und Großbritannien. Unter der Androhung eines Krieges forderte Hitler die Sudetengebiete der Tschechoslowakei. Da die Tschechoslowakei keine Verbündeten hatte, war er gezwungen, die Truppen zurückzuziehen. Deutschland besetzt das Land, ohne dass ein einziger Schuss abgegeben wurde. Tja, wo soll man anfangen? Ich denke, ich fange mit 1935 an, denn da wurde am 2. Mai in Paris ein Vertrag zwischen Frankreich und der Sowjetunion geschlossen, der ein Teil der kollektiven Sicherheit gegen Hitler-Deutschland werden sollte. Zwei Wochen später wurde in Prag ein ähnlicher Vertrag zwischen der Tschechoslowakei und der Sowjetunion unterzeichnet. Die Hauptbedienungen des Vertrages waren denen des französisch-sowjetischen Vertrages ähnlich. Mit einem kleinen Unterschied. Es wurde ein kleiner, aber wichtiger Punkt hinzugefügt. Nämlich, dass die gegenseitige Unterstützungspflicht nur dann eintritt, wenn das Land das Opfer eines Angriffs wurde, Hilfe von Frankreich bekommt. Manche Historiker sind der Meinung, dass diese Bedienung durch die UdSSR hinzugefügt wurde, da es den Kapitalisten nicht vertraute und nicht alleine gegen Deutschland dastehen wollte. Andere Historiker sind der Meinung, dass dieser Punkt von der Tschechoslowakei verlangt worden ist, da es den Kommunisten nicht vertraute. Das bedeutet aber in erster Linie, dass die Tschechoslowakei rein formell 1938 sehr wohl Verbündete hatte, Frankreich und die Sowjetunion. Doch wie bereits erwähnt, war der französische Premier Edouard Daladier auch in München auf der Konferenz mit Adolf Hitler anwesend. Hitler forderte die Übergabe der Sudetengebiete an Deutschland, da dort viele Deutsche lebten. England und Frankreich deuteten dem Hitler an, dass wenn er mit dem Krieg droht, er diesen dann auch bekommt. Jedoch, wenn er diplomatisch bleibt, bekommt er das, was er fordert. Gesagt, getan. Das Ganze fand in der Nacht des 30. September 1938 statt. Die Tschechen wurden dann auch eingeladen, jedoch nur, um die beschlossenen Vereinbarungen zu unterschreiben, die ohne ihre Teilnahme beschlossen wurden. Bemerkenswert ist, dass wenige Stunden später, am Tage des 30. September, Deutschland und Großbritannien einen Nichtangriffspakt unterzeichneten. Im Dezember des gleichen Jahres unterzeichnete auch Frankreich einen Nichtangriffspakt mit Deutschland. Im Frühjahr des nächsten Jahres unterschrieben baltische Staaten ähnliche Verträge mit Deutschland. Das bedeutet, dass die UdSSR in Europa der einzige große Staat war, der bis zum Sommer 1939 keinen Nichtangriffspakt mit Deutschland hatte. Natürlich fühlten sich die Sowjets ein bisschen ausgeschlossen. Sie dachten sich, hey, jeder hat einen Nichtangriffspakt mit Deutschland, nur wir nicht. Was ist falsch mit uns? Also wurde im August 1939 zwischen Deutschland und der Sowjetunion auch ein Nichtangriffspakt unterschrieben, heute im Westen als Hitler-Stalin-Pakt benannt und von manchen als Hauptursache für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verurteilt. Das Problem war jedoch, dass Deutschland und die UdSSR nicht in einem politisch leeren Raum existierten, sondern es gab auch andere Länder und die UdSSR wurde politisch auch sehr stark isoliert. Die Sowjets wurden auch nicht nach München eingeladen, als das Abkommen gegen die Tschechoslowakei geschlossen wurde. Jedoch hielt die UdSSR an dem Unterstützungsvertrag fest und bestätigte, dass sie die Tschechoslowakei weiterhin unterstützen werde. Doch es gab da ein kleines Problemchen. Um der Tschechoslowakei zu helfen, müsste die sowjetische Armee entweder über polnisches oder über rumänisches Territorium drüber, denn die Sowjetunion hatte keine gemeinsame Grenze mit der Tschechoslowakei. Doch weder Polen noch Rumänien gaben der Sowjetunion die Erlaubnis über ihr Land zu marschieren, um der Tschechoslowakei zu helfen. Mehr noch, Polen nutzte die Sudetenkrise dazu, um eigene Gebietsforderungen an die Tschechoslowakei zu stellen. Und als Ungarn diese Party sah, dachte es, toll, da mach ich doch mit, und stellte ebenfalls Forderungen an die Tschechoslowakei. Sowjetische Regierung sprach Polen ein Protest aus und machte klar, dass die Annexion tschechoslowakischer Gebiete, das sowjetpolnische Nichtangriffspakt, nichtig machen würde. Polen missachtete diese Warnung bekanntlich. Hierzu möchte ich anmerken, dass die politischen Entscheidungen von Regierungen von damals eben so waren. Das Land Polen ist bestimmt voll mit wunderbaren Menschen, die mit dieser Politik nichts zu tun haben wollten. Aber die Politik war damals eben so. Weiter geht's. Hitler bekam also, was er wollte. Polen bekam die Stadt Tschechoslowakei und Ungarn bekam auch ein Stückchen ab, etwas später, beflügelt von der fehlenden Aktivität von Frankreich und Großbritannien, nahm sich Hitler den Rest von Tschechien. Die Slowakei verlor auch ein Stückchen Erde, wurde zwar formal unabhängig, aber ein Verbündeter von Deutschlands und nahm teil am Feldzug gegen die UdSSR bis zum Jahr 1944. Zusammen mit Tschechien hatte Hitler einen der größten Militärtechnikhersteller Europas erhalten. Fabriken, die für das Dritte Reich Technik und Munition produzieren werden. Das bekam er ohne dafür kämpfen zu müssen, ohne Verluste und ohne Zerstörungen. Aus der tschechischen Herstellung bekam die Wehrmacht ca. 200.000 Gewehre alleine bis 1941, MGs und Geschütze, Gebirgsaubitzen, Maschinenpistolen, großkalibrige Mörser und Flugzeuge und natürlich auch Panzer. Die Interessen des Dritten Reichs vertrat der Reichsprotektor von Böhmen und Meeren als direkter Vertreter Hitlers und hatte somit die eigentliche Befehlsgewalt. Diese Aufgabe bekam zunächst der Konstantin Freiherr von Neurath, aber jemand war unzufrieden mit dem, wie Neurath seine Arbeit erledigt. Es gab einen Widerstand in Tschechien und niemand wurde dafür gehängt. Nicht alle Tschechen akzeptierten das Los, das ihnen auf Guthaisen seitens Frankreich und Großbritannien zugeteilt wurde. An dieser Stelle kam Reinhard Heydrich ins Spiel. Er bereitete einen Bericht für Hitler vor, wo er aufzählte, was der Neurath alles falsch machte. Daraufhin wurde dieser auf unbestimmte Zeit berurlaubt und Heydrich wurde zu seinem Stellvertreter ernannt. Böse Zunge behaupten, dass er von Anfang an nur scharf auf diesen Posten war. Das führte zu den Ereignissen, die in dem Film Operation Anthropoid beschrieben sind. Wer war dieser Heydrich? Reinhard Tristan Eugen Heydrich war ein deutscher SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Geboren am 7. März 1904 in Sachsen. Der Sohn eines Opernsängers und Kompositoren Bruno Heydrich. Bereits im Alter von 15 Jahren trat er der Nationalsozialistischen Organisation Freikorps bei. Mitglied der NSDAP seit 1931. Vor dem Parteieintritt diente er in der Flotte, von wo er wegen unwürdigen Verhaltens entlassen wurde. Leiter des geheimen Staatspolizeiamts 1934 bis 1939. Für den Überfall auf Polen denkt sich Heydrich das Unternehmen Tannenberg aus, das der Welt eine polnische Provokation vortäuschen soll, um einen Überfall auf Polen zu rechtfertigen. Es wurde unter anderem ein Überfall auf den Radiosender Gleiwitz durch den polnischen Soldaten vorgetäuscht. Es sollte über ganz Deutschland der Spruch, Achtung, hier ist Gleiwitz, der Sender befindet sich in polnischer Hand, gesendet werden. Während des simulierten Überfalls stellte sich jedoch heraus, dass der Sender keinen Mikrofon hatte, da er nur einen anderen Sender, Radio Breslau, verstärkt ausstrahlte. Als man doch ein Not-Mikro für Gewitterfälle fand und es anschloss, hat man den ausgestrahlten Spruch in Berlin nicht gehört, da der Sender Gleiwitz nur ein schwacher Lokalsender war. Kurz, der Gestapo-Chef Müller bewertete die Operation als ein Fällschlag. Heydrich wurde zum Chef der Sicherheitspolizei und des SD 1939 bis 1942. Präsident des Interpol 1940 bis 1942, stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Meeren 1941 bis 1942, ein Sportler und Vater von vier Kindern, spielte Geige. Ihm wurden mehrere Spitznamen gegeben, der Schlechter, Prager Fleischer und für seine hohe Stimme der Ziegenbock. Im Rahmen des Widerstandes der SS und der Wehrmacht beschäftigte er sich mit dem Schnüren von Intrigen und der Suche von kompromittierendem Material. Das gesammelte Material führte zur Entlassung des Werner von Fritsch und des Werner von Blomberg. Das hatte auch was mit dieser Blomberg-Fritch-Krise zu tun, dass auch Lutz eines der Opfer war, weil Hitler dann gleich viele ältere Generäle in den Ruhestand geschickt hat. Im Zuge der Blomberg-Fritch-Affäre wurde Fritsch der Homosexualität bezichtigt und von seinem Posten als Oberbefehlshaber des Heeres entfernt. Blomberg war vor der Entlassung Reichskriegsminister. Fritsch war maßgeblich an der Entwicklung deutscher Panzerwaffe beteiligt. Nach dem Anschluss von Österreich organisierte Heydrich auf dem österreichischen Territorium das Konzentrationslager Mauthausen. Während der Besatzung Polens haben die Heydrich unterstellten Einsatzgruppen aktive Suche und Vernichtung von Kommunisten und Juden betrieben. Am 31. Juli 1941 unterschrieb Hermann Göring einen Befehl zur Ernennung von Reinhard Heydrich als den Zuständigen für die endgültige Lösung der Judenfrage. Heydrich nahm Teil an der Wannsee-Konferenz 1942. Die Wannsee-Konferenz wie der Historiker Peter Longerich analysiert eine Weichenstellung, denn in ihrem Verlauf wurde das Wann, Wie und das Wo der Entlösung der Judenfrage neu bestimmt. Im nationalsozialistischen Regime bestand von nun an Konsens, den Massenmord noch während des Krieges im Gesamten von den Nazis kontrollierten Europa durchzuführen. In Betracht kamen laut Protokoll rund 11 Millionen Juden. Eine Woche nach seiner Ernennung zum stellvertretenden Reichsprotektor in Böhmen und Mähren initiierte Heydrich ein Prozess gegen den tschechischen Premierminister Alois Elias. Dieser wurde verdächtig mit dem tschechischen Widerstand in Verbindung zu stehen. Die Gerichtsverhandlung dauerte nur vier Stunden, Elias wurde zu Tode verurteilt. Eine der ersten Anordnungen Heydrichs war es, alle Synagogen auf dem Gebiet des Protektorats zu schließen. Im November 1941 wurde auf sein Befehl hin das KZ Theresienstadt erschaffen. Zeitgleich führte Heydrich Maßnahmen zur Befriedung der Bevölkerung durch. Er führte mehrere Maßnahmen der sozialen Versorgung ein, erhöhte die Löhne und die Ernährungsnormen für die Arbeiter. Er nutzte die Methode des Zuckerbrotes und der Peitsche. Dadurch schwächte er den tschechischen Widerstand. So war er also dieser Reinhard, ein Sportler und vorbildlicher Familienmensch. Er liebte seine Kinder. Für die Kinder der Slawen und der Juden hatte er aber andere Sachen geplant. Während des Krieges agierte auf dem britischen Territorium die sogenannte tschechische Regierung im Exil, die Regierung von Edward Benesch. Ja, auf dem Gebiet von Großbritannien, das zusammen mit Frankreich die Tschechoslowakei an Hitler übergab. Die britische Spezialeinsatzgruppe SOI hat eine Operation zur Liquidierung von Heydrich ausgearbeitet. Sie nannte diese Operation Anthropoid. Als Anthropoid wurde hierbei natürlich Heydrich genannt. Anthropoid, ein menschenähnliches Wesen. Die Bezeichnung Mensch wurde ihm auf diese Weise aberkannt. Die Einsatzgruppe bestand aus Josef Gabczyk und Jan Kubitsch. Josef war Slowake und Jan ein Tscheche. Diese Zusammensetzung sollte wohl auf die Einigkeit des Staates Tschechoslowakei hinweisen. Ironischerweise ist es seit 1993 keine Tschechoslowakei mehr. Josef Gabczyk und Jan Kubitsch waren nicht die einzigen Beteiligten. Aber diese beiden sollten Heydrich töten. Oder besser gesagt hinrichten. Denn ein Mord wäre es mit der Voraussetzung, dass Heydrich ein Recht auf Leben hatte. Dieses hat er aber durch seine Verbrechen verwirkt. Der Spielfilm Anthropoid gibt das Attentat vom 27. Mai 1942 sehr detailliert wieder. Josef Gabczyk und Jan Kubitsch warteten schwer bewaffnet auf ihren Kunden. Vermutlich befanden sich hier auch ihre Kameraden Josef Walczyk und Adolf Opalka. Walczyk sollte mit einem Spiegel ein Sonnensignal schicken bei der Annäherung von Heydrichs Fahrzeug. Die Aufgabe von Opalka war es, die Straße vor dem Fahrzeug Heydrichs zu überqueren, um ihn zu bremsen zu zwingen. Hier muss man anmerken, dass Heydrich ein hart eingesottener Nazi war. Leiter der Besatzungsadministration in einem von ihm besetzten Land, ein Mann, den die Tschechen den Schlechter nannten, in einem Cabrio durch die Stadt unterwegs war. Ohne Straßensperren, ohne einen Lkw voll mit Soldaten als Begleitung. Damit hat er sich eigentlich die Darwin Prämie verdient. Die Maschinenpistole Stan von Josef Gabczyk hatte eine Ladehemmung, als er vor das Auto von Heydrich sprang und zu schießen versuchte. Es gelang also nicht den Heydrich mit Blei voll zu stopfen. Als Jan Kubisch das sah, warf er eine Granate in das Fahrzeug. Die Explosion war so stark, dass Teile vom Sitzbezug in Heydrichs Milz gelangten. Durch die Explosion wurde auch Josef Gabczyk, eine Passantin und eine vorbeifahrende Straßenbahn erwischt. Im Film geht eine wilde Schießerei los mit vielen zufälligen Opfern. In der Realität sah es jedoch danach aus, dass die Deutschen nicht einen Schuss abgegeben haben. So konnten die Attentäter ungehindert verschwinden, hinterließen aber eine Menge Beweismaterial, das die Nazis später in einem speziell gedrehten Film zeigten. Was in dem Film Anthropoid fällte, war eine herzliche tschechische Frau, die einen vorbeifahrenden Lkw angehalten hatte, dem Heydrich half dort einzusteigen und der herzliche tschechische Fahrer des Lkw, Heydrich, in ein Krankenhaus brachte. Heydrich wurde operiert und anfänglich sah es so aus, als wäre er gerettet. Doch er starb am 4. Juni. Gleich nach dem Attentat wurde in Prag der Ausnahmezustand ausgerufen. Gabczyk und Kubisch und ihre Kameraden verschanzten sich in einer orthodoxen Kirche. Es wurde ein Kopfgeld von 10 Millionen tschechischen Kronen ausgesetzt. Das entsprach in etwa 1 Million Reichsmark. Zum Vergleich kostete das Mercedes Cabrio, in dem Heydrich seine letzte Spazierfahrt machte, ca. 12.000 Reichsmark. Bei der Suche nach den Attentatern wurden ca. 3000 Menschen verhaftet und 1300 erschossen. Am 10. Juni haben die SS unterstellten Truppen der Gestapo, SD und Schutzpolizei mit der Teilnahme tschechischer Gendarmerie eine Vergeltungsaktion in der Stadt Lidice und am 24. Juni in der Stadt Lysaki durchgeführt. Alle Männer über 16 Jahre wurden hingerichtet. Die Frauen und Kinder kamen ins KZ Ravensbrück. Alle Häuser wurden niedergebrannt. Am 16. Juni kam einer der tschechischen Diversanten, Karl Tschurda, der ebenfalls aus England eingeflogen wurde, aber bei der Liquidierung des Anthropoiden nicht beteiligt war, zur Gestapo. Zuerst schrieb er einen anonymen Bericht in die tschechische Gendarmerie, aber dieser wurde nicht weitergeleitet. Man nimmt an, dass jemand in der Gendarmerie diesen Bericht absichtlich unterschlagen hat. Eventuell gab es auch Patrioten bei der Gendarmerie, die bei der Ermordung von tschechischen Zivilisten nicht mitmachen würden. Also kam dieser Karl Tschurda persönlich zur Gestapo. Dort erzählte er alles, was er über den tschechischen Widerstand wusste. In Folge seines Verrates starben 254 Menschen, die Widerstandskämpfer und deren Familien. Danach arbeitete er weiter für die Gestapo und nahm sogar die deutsche Staatsbürgerschaft an. Erstaunlich, wozu manche für einen deutschen Pass fähig sind. Auf Buden liegt deutscher Pass. 1947 wurde er von einem tschechoslowakischen Gericht zum Tode verurteilt und gehängt. Durch die von Verräter Karl Tschurda gelieferte Informationen wurden die Attentäter ausfindig gemacht. Die Kathedrale wurde von deutschen Truppen gestürmt. Dort versteckten sich sieben Mitglieder des Widerstandes. Jan Kubisch, Jan Gruby, Josef Gabczyk, Josef Walczyk, Josef Bublik, Adolf Opalka, Jaroslav Schwarz. Sie nahmen den Kampf auf und ergaben sich nicht lebendig. Jan Kubisch starb später an seinen Wunden. Den tschechischen Widerstandskämpfern wurden Köpfe abgeschnitten. Am 4. September wurden auch die in dieser Kathedrale arbeitenden Priester und Mitarbeiter hingerichtet. Waclav Cikul, Wladimir Petrczyk, Jan Sonowind. Der Bischop Seleski Gorast gesellte sich freiwillig dazu. Er wurde ebenfalls erschossen. Am 27. September wurde die tschechische orthodoxale Kirche verboten. Derzeit befindet sich in der Kathedrale das Museum des tschechischen Widerstandes. Es ergibt sich eine traurige Rechnung aus dem Ganzen. Die Leiche eines Anthropoiden wurde mit tausenden Leichen anderer Menschen überschüttet, darunter viele Frauen und Kinder. Die Autorität der tschechischen Exilregierung, die in London saß, stieg durch den Erfolg des Attentats. Aber zu welchem Preis? War es das wert? Natürlich kann man aus emotionaler Sicht auch verstehen, dass es schlimm ist, wenn solche Menschen wie Heydrich auf der Erde leben. Doch im Krieg übertönt die Strategie und Taktik alles andere, auch die Emotionen. Welchen strategischen Nutzen hat die Liquidierung eines einzelnen Nationalsozialisten? Es ist doch offensichtlich, dass ein anderer sofort seinen Posten einnehmen wird, der wahrscheinlich mit noch mehr Terror auffahren wird. Die Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt, so dass es nicht mehr so leicht sein wird, diesen zu ermorden. Und wie hat sich das überhaupt auf den Kriegsverlauf ausgewirkt? Natürlich hat diese Operation große Wellen geschlagen, weil ein hochkarätiger Nazi in die Höhle fuhr und das bereits 1942, als der Krach des Dritten Reiches alles andere als offensichtlich war. Das Reich regiert fast im gesamten Europa. Ein Umbruch bei Stalingrad war noch nicht in Sicht. Eine zweite Front in Europa gibt es auch noch nicht. Also, die Operation verhilft der tschechischen Exilregierung in London zu mehr Ansehen. Der gesteigerte Terror in Tschechien sollte zu einer Verstärkung der tschechischen Widerstandsbewegung führen. Das Problem ist nur, dass der große Teil des bereits existierenden Widerstandes, das dem Gabczyk und Kubisch geholfen hatte, bei den Massenhinrichtungen umkommt. Die gnadenlose Kriegslogik führt oft dazu, dass man zwischen etwas Schrecklichem und etwas noch Schrecklicherem wählen muss, ohne Alternativen. Gab es denn in diesem Falle eine Alternative? Naja, die Saboteure könnten einen Sabotageakt in einer der Rüstungsfabriken veranstalten. Die tschechische Industrie lieferte den ganzen Krieg über Rüstungsgüter an das Dritte Reich. Man könnte eine Fabrik sprengen, die Flugzeuge oder Panzer baute oder einen Zug, der mit Munition vollgeladen war. Eine solche Aktion hätte natürlich auch zum verstärkten Terror geführt. Aber im strategischen Sinne wären die Ergebnisse anders. Eine gesprengte Fabrik würde zu weniger Panzer oder Flugzeugen an der Front und dementsprechend hunderte gerettete Soldatenleben der eigenen oder verbündeten Armee führen. Briten kämpften 1942 zum Beispiel in Afrika gegen Deutsche, Schiffe im Atlantik oder Flugzeuge über Großbritannien könnten gerettet werden. Ich sag ja schon gar nichts mehr über die Ostfront, die für die Briten weniger von Bedeutung war. Also wäre das taktisch oder sogar strategisch logisch gewesen. Doch eine solche Aktion wäre weitaus weniger aufgefallen, denn deutsche Fabriken wurden ja öfter bombardiert. Es wäre also nur eine weitere beschädigte Fabrik. Es gäbe also weniger PR. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass es eine Debatte gab zwischen der Exilregierung in London und der kommunistischen Widerstandsbewegung bezüglich der Zweckmäßigkeit der Vernichtung des Anthropoiden. London behielt die Oberhand. Heute wird die Meinung verbreitet, dass zu Zeiten des Eisernen Vorhangs dieser Anschlag absichtlich vertuscht wurde. Angeblich durfte man nicht darüber reden, weil Gabczyk und Kubisch keine Kommunisten waren und aus dem imperialistischen Großbritannien eingeflogen wurden. Das ist jedoch eine dreiste Lüge, denn bereits 1964 wurde in der Tschechoslaugei ein Film mit dem Namen Attentat gedreht. Das ist nicht der einzige Film, der während der Sowjetzeit über den Anschlag auf Heidrich gedreht wurde. Wie wir sehen, gab es also kein Verbot zur Erwähnung der Operation Anthropoid. Der Film Attentat ist besonders interessant, da manche Szenen aus ihm in der neueren Verfilmung Anthropoid komplett rekonstruiert wurden. Doch in dem neuen Film wurde eine bedeutende Zeit für die Liebesbeziehungen von Gabczyk und Kubisch mit ihren Freundinnen genutzt. In Attentat fällt so etwas. Aber es gibt eine zusätzliche Person, den Admiral Wilhelm Canaris. Wilhelm Franz Canaris, geboren am 1. Januar 1887 in Applerbeck bei Dortmund, war ein deutscher Admiral von 1935 bis 1944, Leiter der Abwehr des Geheimdienstes der Wehrmacht. Im Juni 1923 wurde Canaris erster Offizier auf dem kleinen Kreuzer Berlin. An Bord der Berlin lernte er den Seekadeten Reinhard Heidrich kennen. Canaris und Heidrich wurden Freunde. Am 2. Januar 1935 wurde Canaris zum Nachfolger von Kapitän zur See Konrad Patzig als Chef der deutschen Abwehr bestimmt. Anfangs hatte es Canaris schwer, sich in der Abwehr und der gesamten Wehrmacht Geltung zu verschaffen. Von Anfang an gab es Probleme mit der SS, genauer mit SS-Obergruppenführer Reinhard Heidrich, dem Leiter des geheimen Staatspolizeiamtes und des Sicherheitsdienstes SD. Ab 1936 kam es morgens häufig zu gemeinsamen Austritten im Berliner Tiergarten, an denen auch häufig der SS-Führer Werner Best, der im Frühjahr 1940 durch Walter Schellenberg ersetzt wurde, teilnahm. Trotz des engen Umgangs miteinander scheinen sich beide regelrecht belauert zu haben. Beide Geheimdienstchefs hatten Informanten im anderen Dienst. Typisch für Heidrich scheint der folgende Ausspruch über Canaris gegenüber SS-Kameraden gewesen zu sein. Der Spioniert, der schniffelt überall herum! Schellenberg behauptete nach dem Krieg, dass beide gegenseitig Belastungsmaterial gegeneinander gesammelt haben. So soll Canaris Akten über eine nicht-arische Großmutter des Rivalen gehabt haben, während Heidrich Material über Widerständler in der Abwehr sammelte. Canaris beteiligte sich aktiv an der Unterdrückung der kommunistischen Bewegung in Deutschland. Er gründete die Spezialeinheit Brandenburg 800. Zu ihren Hauptaufgaben gehörten Operationen hinter den feindlichen Linien. Sie hatten die überraschende Einnahme operativ wichtiger Angriffsziele, Sabotage oder die Kooperation mit verbündeten politischen Gruppierungen zum Ziel. Häufig wurden Einsätze in Uniform der Feindkräfte geführt. Die Angehörigen dieser Division kamen zumeist aus der Gebirgstruppe oder traten als Auslandsdeutsche und überzeugte Nationalsozialisten freiwillig in diesen Verband ein, da sie Fremdsprachen beherrschten und mit den Lebensgewohnheiten im Einsatzraum vertraut waren. Nach dem misslungenen Anschlag auf Hitler verlor er seinen Posten und wurde verhaftet. Einen Monat vor der Kapitulation des Dritten Reichs wurde er gehängt. Canaris als der Leiter der Militäraufklärung führte natürlich einen Machtkampf gegen Heydrich, dem Leiter der SS-Aufklärung. Es ging um Einfluss, Zuständigkeiten, Befugnisse, Budget und natürlich um Macht. Der alte tschechoslowakische Film zeigt eine solche Situation, wie Canaris zunehmend in Bedrängnis gerät. Und wie wir bereits wissen, arbeitete Heydrich ständig daran, Belastungsmaterial gegen hohe Offiziere zu sammeln. Schellenberg schrieb in seinem Memoiren, dass seiner Meinung nach Canaris bereits 1942 verschwunden wäre, wenn Heydrich noch am Leben wäre. Canaris ließ aktiv nach Beweisen für eine jüdische Abstammung von Heydrich suchen. Die Suche war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Besonders bekannt ist die Tatsache, dass Canaris bereits seit Jahren Kontakte zu ausländischen Geheimdiensten hatte. Nicht nur der Verbündeten oder neutralen Staaten, er hatte auch Verbindungen zum britischen Geheimdienst. Manche Forscher sind sogar der Meinung, dass er für den britischen Geheimdienst arbeitete. Das halte ich persönlich für übertrieben. Kontakte zu Geheimdiensten können zum Beispiel durch ein Ringen der Intellekte wie ein Schachturnier oder Versuche Agenten anzuwerben entstehen. Dabei sind die Landesanführer öffentliche Personen. Sie sind im Krieg wie ein Symbol oder ein Banner oder wie ein riesiger Haufen Mist vor der Tür. Je nachdem was es für ein Anführer ist. Die Geheimdienstleiter sind jedoch richtige Spieler in dem Schachturnier. Game of Thrones, wenn man so will. Zumindest halten sie sich oft selbst für solche. Und dabei können zusätzliche Kontakte Gold wert sein. Auch wenn oder sogar gerade, weil es Kontakte beim feindlichen Geheimdienst sind. Man nehme als Beispiel 1944 die Verschwörung gegen Hitler. Es war ein versuchter Militärstaatstreich. Dabei war es Hitler, der auf der ganzen Welt gehasst wurde und einen separaten Frieden unmöglich machte. So plante man ihn zu beseitigen. Dabei kann es wohl kaum sein, dass die Verschwörer, die jahrelang ihre Karriere verfolgten, während der NS-Apparat Massenmorde begann, plötzlich Gewissensbisse bekamen. Sie verstanden einfach, dass vom Osten her eine Vergeltungswelle anrollt. Nirgendwo wüteten die Deutschen mehr als im Osten. Ich kann zum Thema, zum Beispiel die Lektüre von Hannes Herr, Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944 oder von Sönke Neitzel die Soldaten empfehlen. Wer einen Blick riskieren möchte, ist aber keine einfache Kost. Nachfolgend jetzt eine reine Spekulation von mir. Wenn wir annehmen, dass nach der Beseitigung von Hitler der separate Frieden mit Großbritannien nur eine Frage der Zeit wäre, die Haltung von Churchill gegenüber dem Bolschewismus war ja kein Geheimnis. Wäre das also eingetreten, könnte Deutschland alle Kräfte an die Ostfront werfen. Großbritannien könnte ja dann Deutschland beliefern, um weiter gegen die UdSSR zu kämpfen. Noch mehr Tote, noch mehr Zerstörungen. Man nehme zum Beispiel Finnland, bis 1944 der beste Verbündete des Dritten Reichs. Ab 1944 wurde dieser Verbündete zum Feind und kämpfte gegen deutsche Truppen. Daher werden die Kontakte zwischen den Leitern der Geheimdienste immer aufrecht erhalten. Genau für solche Sachen. Auch heute noch, das ist zweifelsfrei. Auch die heutigen Leiter der Geheimdienste halten sich selbst für Großmeister der geopolitischen Spiele. Die Briten brauchten natürlich einen solchen Kontakt. Doch es ist noch 1942. Und einer der Leiter der SS sammelt Belastungsmaterial gegen den Kanaris. Eine gefährliche Situation für einen Menschen, der in der Zukunft für die Briten von Nutzen sein könnte. Also werden Gapczyk und Kubisch nach Prag geschickt, um dort den Heidrich zu beseitigen. Niemand würde ahnen, dass auf diese Weise die Briten einen deutschen Admiral retten wollen. Ich betone, es ist eine reine Spekulation, für die es keine Beweise gibt. Aber es ist eine mögliche Variante für den Ursprung dieser Operation, die sonst beispiellos blieb. Aber man könnte ja in diese Richtung ein paar Nachforschungen anstellen. Einfach mal aus Neugier. Der tschechoslowakische Film Attentat deutet einen inneren Kampf zwischen Heydrich und Kanaris nur an. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesem Kampf und dem Attentat auf Heydrich gibt, ist nicht bekannt. Es heißt, dass Anthropoid eines der erfolgreichsten, wenn nicht gar der erfolgreichste Anschlag des Zweiten Weltkrieges war? Der strategische Sinn der Operation ist fraglich. In den britischen Geheimdienstarchiven müssten auf jeden Fall Dokumente liegen, die diese Theorie bestätigen oder widerlegen könnten. Irgendwo im gleichen Regal, wo auch die Akten zum letzten Flug von Rudolf Hess liegen. Er war Hitlers Stellvertreter in der Parteiführung. Mehrere Wochen vor dem Angriff auf die UdSSR setzte er sich ins Flugzeug, flog nach Großbritannien und sprang dort mit einem Fallenschirm ab. Der Filmanthropoid an sich ist zwar nicht schlecht, wird aber vielen etwas langweilig vorkommen, da es vor allem in der ersten Hälfte kaum Action gibt. Im alten Film Attentat wird etwas Zeit der Vorbereitung der Attentäter gewidmet, was richtig ist. Denn es waren nicht einfach nur Soldaten, sondern gut ausgebildete Spezialkräfte. Im neuen Film gibt es sehr wenig vom Heydrich selbst zu sehen. Eventuell hätte man zeigen können, welche Verbrechen immer angelastet werden. Dafür ist mehr Zeit den Gefühlen der Beteiligten gewidmet. In dem alten Film hingegen gibt es sogar etwas zu viel vom Heydrich. Die Schusswechselszene in der Kirche wurde meiner Meinung nach etwas lieblos dargestellt. Die Deutschen laufen total stümperhaft ins Feuer der Attentäter. Hier hätte man zeigen können, dass es in einer Kirche viele Möglichkeiten gibt, einen Hinterhalt anzulegen. Durch ihre Ausbildung für Spezialkräfte waren die Attentäter einfacher Soldaten der Wehrmacht und der SS wahrscheinlich überlegen, was die Feuerkünste und Tötungsmethoden angeht. Das haben sich die Filmemacher gespart. In Wellen rennen die Deutschen immer wieder den braven Agenten einfach ins Visier. Insgesamt ist der Film Antropoid etwas überdurchschnittlich, der informationshalber allemal wert, ihn mal anzusehen. Den alten Filmattentat sollte man auch mal anschauen, um sich zu vergewissern, dass es damals überhaupt nicht verboten war, über diesen Anschlag zu sprechen. Eine andere Sache ist es natürlich, dass es zur Sowjetzeit kein Denkmal für die Attentäter gab. Den Opfern des nach dem Anschlag folgenden Terrors gegenüber, wäre es nicht sehr taktvoll, ein Denkmal für die Attentäter direkt nach dem Krieg aufzustellen. Aber 20 bis 30 Jahre nach dem Krieg hätte man das schon machen können. Heute steht in Prag an der Kurve, wo der dreiste Anschlag durchgeführt wurde, ein Denkmal, ebenfalls eine Gedenktafel an der Kirchenmauer. Postscriptum 1942, erst nach allen beschriebenen Ereignissen, erklärte Großbritannien die Münchner Abmachung von 1938 für nichtig.